Wirtschaft und Management hat mich sehr fasziniert, weil die Lehrinhalte aufeinander abgestimmt werden. Das ist ein sogenanntes Déjà-vu, wenn man dann von anderen Lektoren zum Beispiel dasselbe Thema noch einmal hört und dann das Thema einfach festlegen kann. Also im MCI gefällt mir besonders gut, dass externe Dozenten der freien Wirtschaft mit einem hohen Praxisbezug ausgewählt werden. Man merkt, dass die Dozenten da sehr motiviert sind, die ganzen Lehrinhalte, das ganze Wissen an die Studierenden dann weiterzugeben. Nein, also die Lage war absolut nicht der Grund, warum ich mich für das MCI entschlossen habe. Für mich waren die praxisbezogenen Lehrinhalte besonders wichtig, dass man einfach auf das tägliche Leben, also das Berufsleben, vorbereitet ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020